Wie ist Alkane, Alkene und Alkine reagiert? Für die Alkane an CC-Doppelbindungen für die Alkene und an CC-Dreifach-Bindungen für die Alkine eigentlich durchführen. Die daraus entstehenden Moleküle sind Chiral. Da haben wir schon letztes Mal gesagt, das kommt aus dem Griechischen und heißt händig. Und wie diese Symmetrie von Händen mit der von Molekülen zusammenhängt, sehen wir uns jetzt in Folge dieser Vorlesung an. Eine der wichtigsten Reaktionen, die Sie an funktionalisierten Alkaren durchführen können, ist die nukleophile Substitution. Substituieren heißt nichts anderes als etwas Austauschen oder Ersetzen. Und in diesem Fall ersetzen wir zwei nukleophile Gruppen. Nukleophil heißt kernliebend. Das heißt, das sind Gruppen, diese nukleophilen Gruppen, die besonders viele Elektronen haben, zum Beispiel weil sie als negativ geladenes Ion oder Anion vorliegen, oder die freie Elektronenpaare zur Verfügung haben, die Sie gerne an einen Nukleus, also an einen anderen Kern weitergeben. Dieses Molekül, woran dieser Kern hängt, ist unser Elektrophil. Das ist der Bestandteil, der Elektronen liebt, Elektronen an sich ziehen will. Sehen wir uns mal so eine allgemeine Reaktionsgleichung einer nukleophilen Substitution mal etwas genauer an. Wir nehmen in diesem Fall ein Y-, also irgendein x-beliebiges Anion. Und das reagieren wir durch mit einem gesättigten Kohlenstoff, also einem Kohlenstoff, an dem bereits vier Substituenten hängen. Da haben wir zum Beispiel da unseren Alkylrest, nur so als Beispiel. Und hier haben wir noch eine andere Gruppe x. Das heißt also, wie ich schon sagte, das Y- ist hierbei unser Nukleophil. Und dieses Molekül verhält sich, also da wird an diesem Kohlenstoff substituiert. Und das Molekül wird sich als unser Elektrophil verhalten. Das heißt, wenn wir das jetzt mal durchreagieren, erhalten wir eine neue Bindung vom Kohlenstoff zum Y. Und unser x verlässt das Molekül als x-. Ja, und dieses Molekül, was abgespalten wird, bezeichnen wir als Abgangsgruppe. Ja, wir können jetzt also mit allen möglichen spektroskopischen Methoden uns anschauen, wie schnell diese Reaktion abläuft. Ja, und die Rate, mit der diese Reaktion abläuft, die hängt ab, ja, nach dem Massewirkungsgesetz, von der Konzentration unseres Nukleophils mal der Konzentration von unserem Elektrophil. Und das Ganze mal irgendeiner Konstante. Ja, das heißt also, jetzt kommen wir auch zur Definition dieser nukleophilen Substitution. Ja, wir haben schon gesagt, das Ganze ist eine Substitution. Ja, sie läuft nukleophil ab. Und sie findet zur zweiten Ordnung statt. Ja, also wir haben hier zweimal die Konzentration in der Geschwindigkeitsgleichung mit. Ja, das heißt also, zweiter Ordnung. Ja, das heißt, so kommt dann auch diese Abkürzung zustande, die Sie oben auf der Folie sehen. Ja, das ist nämlich unsere SN2-Reaktion. Ja, das heißt also eine nukleophile Substitution zweiter Ordnung. Wie stellen wir den Ablauf einer solchen Reaktion dar? Das tun wir mittels geschwungener Pfeile. Ja, das heißt, nehmen wir als Beispiel ein Bromoalkan, ja, also ein 1-Bromo, ja, nehmen wir mal Butan. Und das wird unser Elektrophil. Ja, das heißt, wir substituieren an diesem Kohlenstoff hier und wir nehmen diesmal als Nukleophil eine Base, ja, also ein Hydroxid-Anion. Ja, das wird durchreagieren zu einem Alkohol und als Abgangsgruppe erhalten wir ein Bromid, also ein Bromanion, ja. Ja, um zu verdeutlichen, was hier in dieser Reaktion passiert, nutzen wir, wie ich schon sagte, geschwungene Pfeile, ja. Das heißt also, die Pfeile fangen bei Elektronen an und hören im Prinzip bei Kernen auf, ja. Das heißt also, diese Elektronen hier, also die negative Ladung, da ist die höchste Elektronendichte, das ist von hier aus geht der Angriff los auf diesen Kohlenstoff. Und dann kappen wir diese Kohlenstoff-Brom-Bindung, das verdeutlichen wir auf diese Art und Weise. Sie sehen hier, der Pfeil beginnt bei dieser Bindung, ja. Ja, damit verdeutlichen wir, dass diese Bindung gelöst wird. Und so kommen wir dann von links nach rechts von einem Bromoalkan zu einem Alkohol, ja. Hierbei spielen die Orbitale eine ganz besondere Rolle, ja. Sie erinnern sich an die erste Vorlesung, wo wir über die Molekular-Orbital-Theorie gesprochen haben. Das heißt, wenn wir das Ganze von der Seite der Orbitale aus betrachten, ja. Dann haben wir hier eine Verschiebung der Elektronendichte von unserem OH-, ja. In unser antibindendes Sigma-Sternchen-Orbital dieser Kohlenstoff-Brom-Bindung. Ja, und auf diese Art und Weise bilden wir hier eine neue Sigma-Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff. Und wir lösen diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Was also passiert mit der Molekülgeometrie, ja, während wir neue Bindungen formen und andere Bindungen brechen, ja. Schauen wir uns dazu einmal den allgemeinen Reaktionsmechanismus, ja, einer SN2-Reaktion nochmal genauer an. Wir nehmen hier unser Nukleophil als ein Anion, also ein NU- und hier wieder ein gesättigtes Kohlenstoff mit einer X-Gruppe. Hier haben wir noch einen Rest und diesmal zeichnen wir stereoskopisch korrekt ein, ja. Das heißt also mit einem Wasserstoff, der nach vorne aus der Zeichenebene auf uns zukommt und einer R-Strichgruppe, die in die Zeichenebene reingeht, ja. Sie erinnern sich, wie diese Geometrie, dieser Tetraeder, diese Tetraeder-Geometrie hier zustande kommt. Das hier ist nämlich unser SP3-hybridisierter Kohlenstoff, ja. An dem findet auch dieser nukleophile Angriff statt, ja. Wie wir gerade eben gesehen haben, geht im Prinzip Elektronendichte hier in das Sigma-Sternchen-antibindende Molekularorbital, ja. Das heißt also, wir können im Prinzip bei der Reaktion von diesen beiden Komponenten einen Übergangszustand, ja, formulieren. Und zwar wird in diesem Übergangszustand von unserem Nukleophil eine neue Bindung zu unserem Kohlenstoff geformt, während wir die Bindung zu unserem X aufbrechen, ja. Und eben weil hier eine neue Gruppe an diesen Kohlenstoff mit rangeht, rutschen diese Substituenten quasi von dieser Konfiguration ein bisschen weg, ja. Und zwar in eine planare Ausrichtung, ja. Das heißt, dieses hier bezeichnen wir als einen Übergangszustand der Reaktion und kennzeichnen das mit diesem Symbol hier. Ja, und in diesem Übergangszustand haben wir eine Penta-Koordinierung, also fünf Substituenten, die sich in der Nähe von unserem Kohlenstoff aufhalten, ja. Und dabei jetzt auch die negative Ladung des Nukleophils hier über dieses Molekül, also in diesen Bindungen, die neu stehen und gebrochen werden, verteilt. So, nun brechen wir die CX-Bindung und formen eine neue Bindung zwischen unserem Nukleophil und dem Kohlenstoff, ja. Das heißt, in dem Moment rutscht der Nukleophil sehr nah an das Kohlenstoff heran und diese Substituenten, wie Sie hier sehen, klappen dann im Prinzip aus der Ebene um, ja, dort wo gerade Platz frei geworden ist, durch die Abgangsgruppe. Das heißt, dieser Wasserstoff zeigt immer noch nach Außerzeichenebene auf uns, kommt Außerzeichenebene auf uns zu. Ja, die R'-Gruppe ist da hinten und unser Rest klappt ebenfalls in diese Richtung, ja. Und wir haben natürlich unser X- als Abgangsgruppe hier hinten, ja. Ja, das heißt also, wenn wir diese beiden Geometrien miteinander vergleichen, ja, sehen wir, ja, dass es zu einem kompletten Umklappen dieser Gruppen, ja, von so einer Konfiguration, alles zeigt in diese Richtung, zu so einer Konfiguration, alles zeigt in diese Richtung gekommen ist. Ja, wie verhält sich also die Energie des gesamten Systems während unserer Reaktion? Ja, also ich fange an mit meinen Edukten, ja, die verorten wir mal auf diesem Energiebalken irgendwo hier. Und da die Reaktion abläuft, vollständig zu unseren Produkten, sind die wahrscheinlich auch stabiler. Das heißt, die sind energetisch irgendwo hier, ja, also mit niedrigerer Energie. Ja, das heißt, irgendwie müssen wir da hinkommen, ja, und wie wir gerade eben schon gesehen haben, generieren wir einen fünfkoordinierten, pentakoordinierten Übergangszustand. Das heißt, da ist um dieses Kohlenstoffatom, an dem substituiert wird, natürlich richtig was los, ja. Da sind statt den normalen vier Gruppen, sind plötzlich fünf Gruppen. Das heißt, das Ganze ist energetisch höher, also irgendwo hier, ja. Das heißt also, wir kommen quasi über so einen Hückel drüber und haben hier unseren fünffach koordinierten Übergangszustand. Ja, das heißt also, das ist auch der energetisch instabilere Zustand, ja. Ja, und dieser Energiebetrag, ja, diese Differenz an Energie zwischen den E-Dukten und diesem Übergangszustand, Delta E, ja, diese Energie ist auch die Aktivierungsenergie der Reaktion. Ja, und diese Aktivierungsenergie, ja, also die Höhe dieser Energiebarriere, über die wir die Reaktion bringen müssen, die bestimmt auch die Geschwindigkeit, ja, oder die Rate dieser Reaktion. Wie wir eben an dem Energiediagramm also gesehen haben, hängt die Geschwindigkeit der nukleophilen Substitution zweiter Ordnung vornehmlich von der Energie des Übergangszustands ab, ja. Das heißt also, wir müssen uns die Frage stellen, wie gedrängt, ja, dieser Übergangszustand ist, ja. Ja, also wie anspruchsvoll, wie sterisch anspruchsvoll sind diese Substituenten, die an dem Kohlenstoff hängen, ja. Also hier gekennzeichnet als Restgruppen R', R' und R'', ja. Das heißt, in dem funktionalisierten Methan, da haben wir jeweils drei Wasserstoffe an diesem Kohlenstoff, ja, und unsere Abgangsgruppe. Da findet natürlich, das ist, die Protonen sind sehr klein, ja, also da findet eine sehr schnelle SN2-Reaktion statt. Ja, das heißt also, hier ist der Angriff durch das Nukleophil am Kohlenstoff sehr, sehr leicht, ja. Und auch hier ist dann dieser fünffachkoordinierte Übergangszustand natürlich energetisch auch nicht so anspruchsvoll, eben weil die Wasserstoffe sehr klein sind, ja. Ja, kommen wir zu dem primären Kohlenstoff, ja, also mit einem Substituenten, zum Beispiel einer Methylgruppe. Ja, also das ist hier der primäre Kohlenstoff. Wird das Ganze schon ein bisschen langsamer, ja. Also hier ist, hier wird dieser fünffachkoordinierte Übergangszustand schon deutlich sterisch anspruchsvoller. Im sekundären Fall haben wir zum Beispiel zwei Methylgruppen an diesem Kohlenstoffatom dranhängen. Ja, da ist das Ganze nochmal ein bisschen langsamer. Und dann kommen wir schließlich zu dem Extrem dieser Serie, ja. Das ist der tertiäre Kohlenstoff. Hier haben wir drei sterisch anspruchsvolle Substituenten an diesem Kohlenstoff dranhängen, ja. Hier findet gar keine SN2-Reaktion mehr statt. Ja, das heißt also, bis zum sekundären Kohlenstoff kommen wir noch, ja. Wo wir von einer sehr schnellen bis zu einer sehr langsamen Reaktion nach dem SN2-Mechanismus ausgehen. Und beim tertiären Kohlenstoff findet diese Reaktion nicht mehr statt, ja. Das Ganze können Sie sich nochmal ein bisschen verdeutlichen, wenn Sie sich das Energiediagramm nochmal vornehmen, ja. Das heißt also, für das einfach funktionalisierte Methan, ja, ist sowohl der Ausgangsstoff relativ sterisch anspruchslos, also niedrig in Energie, und auch der Übergangszustand, ja. Da ist diese Aktivierungsenergie relativ niedrig. Kommen wir zum primären Elektrophil, ja. Ist das Ganze hier schon im Ausgangszustand ein bisschen anspruchsvoller, ja. Und das rechnet in einem fünffachkoordinierten Übergangszustand, ja. Das heißt also, da rutscht diese Energiebarriere nochmal deutlich höher, ja. Also da haben wir eine größere Energiebarriere und schließlich in dem tertiären Fall, ja, ist die Energiebarriere irgendwann so groß, dass die Reaktion einfach nicht mehr stattfinden kann nach dem SN2-Mechanismus. So, wie wir also eben gesehen haben, funktioniert die nukleophile Substitution der zweiten Ordnung an einem tertiären Kohlenstoff nicht mehr, ja. Das heißt also, an einem tertiären Kohlenstoff, wie wir vorhin besprochen haben, wenn wir drei Substituenten haben, ist das Ganze, ja, zu sehr gedrängt, ja, um einen nukleophilen Angriff von dieser Seite aus zu ermöglichen. Was stattdessen passiert, ja, ist eine etwas andere Reaktion, ja. Das heißt also, in dem Fall eines tertiären Kohlenstoffes kommt es zu einer langsamen Abspaltung, ja, einer Abgangsgruppe, hier in diesem Fall ist es das Brom, ja. Das heißt also, dieser Schritt geht langsam voran und wir erhalten dann in diesem Fall ein planares Kohlenstoffkation, also ein Carbocation, ja. Und dieses Carbocation ist auch sehr reaktiv, ja, sie haben hier eine positive Ladung in einem Kohlenstoff, ja, das Ding will sofort weiter reagieren. Ja, und das tut es dann auch, ja, das heißt also, in diesem Fall haben wir eine Hydroxidgruppe, also eine OH-Gruppe, ja, und die kann jetzt dieses planare Carbocation sehr einfach von oben, ja, oder von unten angreifen. Und dieser, dieser Reaktionsschritt ist dann auch sehr schnell, ja, eben weil dieses Carbocation sehr reaktiv ist, ja, und was wir dann erhalten, ist nicht nur diese Abgangsgruppe Brominus, sondern auch ein Gemisch von Produkten, ja, ein sogenanntes racemisches Gemisch. Ja, racemisch, was heißt das? Dazu kommen wir noch mal gleich, aber gucken Sie sich erstmal die Symmetrie in diesen beiden Molekülen an, ja. Eben weil das OH- entweder von oben an dieses planare Carbocation kommen kann oder von unten, ja, führt das zu einer händigen, ja, händigen Konfiguration der Restgruppen. Ja, das heißt also, wenn Sie sich das mal angucken hier, das linke Produkt, ja, dann ist das, so sieht man es vielleicht am besten, ja, dann entspricht, dann entspricht das im Prinzip einem Spiegelbild des anderen Moleküls, ja, das heißt wir bekommen hier sogenannte Stereoisomere, ja, und was das bedeutet, sehen wir uns gleich noch mal im Detail an, ja, das heißt aber, die Geschwindigkeit dieser Reaktion hängt im Prinzip von der, von diesem Schritt ab, ja, von diesem langsamen Schritt, bei dem diese Kohlenstoffbrom-Bindung aufgebrochen wird, ja, das heißt also, die, die Reaktionsrate hängt alleine von der Konzentration unseres, unseres, ja, unseres Substrats oder hier, wie wir das vorher, unseres Elektrophils ab, ja. und einer Konstante, ja, das heißt also, damit leitet sich dann auch die Definition dieses Reaktionstypes ab, ja, es handelt sich immer noch um eine Substitution, ja, also wir ersetzen Brom durch, äh, 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 unsere, OH-Gruppe, auch diese Substitution ist wieder Nukleophil, ja, aber aus der Geschwindigkeitsgleichung sehen wir, äh, äh, diese Reaktion hängt alleine von der Konzentration des Substrats oder des Elektrophils ab, ja, das heißt also, äh, findet, findet zur ersten Ordnung statt. Ja, das heißt also, alles in allem haben wir hier eine nukleophile Substitution erster Ordnung Wir können dieses Reaktionsverhalten erklären, wenn wir uns die Geometrie, äh, äh, des Moleküles, ja, und der beteiligten Orbitale mal ein bisschen genauer anschauen, ja, das heißt also, wenn wir loslegen hier mit unserem substituierten Alkan, In drei Substituenten, dann ist der erste Schritt, wie wir schon gesagt haben, das Aufbrechen dieser Sigma-Bindung, ja, und dieser Schritt, ja, der findet langsam statt, weil es keine äußeren Einflüsse gibt, außer vielleicht Lösungsmittel oder Temperatur. Das heißt, dieser Schritt bestimmt auch die Geschwindigkeit oder die Rate der Reaktion. Als nächstes bilden wir dann ein Carbocation, wie wir schon gesagt haben. Ich versuche das mal so ein bisschen stereochemisch hier einzuzeichnen, damit sie erkennen können. Ja, das heißt also dieses Carbocation ist jetzt planar. Ja, das heißt also, Sie müssen sich das im Prinzip vorstellen in so einer Ebene liegend. Ja, und wir haben hier unsere positive Ladung auf dem Kohlenstoff. Ja, wie kommt diese Planarität zustande? Ja, also Sie erinnern sich noch an die erste Vorlesung. Wir wechseln im Prinzip von hier von einem sp3-hybridisierten Kohlenstoff zu einem sp2-hybridisierten Kohlenstoff. Ja, und wir haben hier jetzt ein leeres p-Orbital. Ja, das heißt die Ausrichtung dieses p-Orbitals, ja, senkrecht zu dieser Ebene. Die ermöglicht nun ein Angriff von unserem OH-, ja, sowohl von oben als auch von unten. Ja, und so kommt dann auch die Geometrie der Produkte zustande. Das heißt, Sie erhalten einmal das Produkt aus dem Angriff von oben. Ja, also all diese Restgruppen knicken dann nach unten um. Oder bei einem Angriff von unten. Oder bei einem Angriff von unten. Oder bei einem Angriff von unten. Dann erhalten wir dieses Molekül. Ja, das heißt also, wie wir schon gesagt haben, ja, wenn Sie sich das mal vielleicht als als Spiegelbild vorstellen. Ja, man kann das vielleicht nicht, ja, Sie werden es wahrscheinlich jetzt nicht mehr erkennen können. Ja, aber jetzt vielleicht gerade noch mal so eben. Das heißt, diese beiden Moleküle sind zueinander, sind Spiegelbilder voneinander. Ja, das heißt, wir reden, wir sprechen hierbei von Stereoisomeren. Ja, und diese Stereoisomere, ja, die sind zueinander chiral. Ja, dieser Begriff begleitet uns jetzt schon eine Weile, ja. Chiralität ist also die Händigkeit. Das heißt also, das können Sie sich am besten überlegen, ja, wenn Sie Ihre eigene Hand nehmen. Und das Spiegelbild dazu, ja, ist dann meine, ja, mein chirales Objekt. Ja, das heißt also, diese beiden Objekte, ja, diese beiden chiralen Objekte, hier meine Hände, lassen sich alleine durch Verschiebung oder Rotation nicht in dieselbe Form überführen. Wie kommen wir also von unseren Ausgangsstoffen, ja, zu den energetisch stabileren Produkten? Das können wir uns mal anhand eines Energiediagramms nochmal verdeutlichen, ja. Also wie wir gesagt haben, der erste Schritt verläuft langsam. Das ist das Aufbrechen dieser Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung, ja. Das heißt also, hier müssen wir eine sehr große Energiebarriere nehmen, ja. Das heißt also, hier brechen wir gerade diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Aber dann, im Gegensatz zur nukleophilen Substitution zweiter Ordnung gelangen wir ja nicht sofort zu den Produkten, sondern wir kommen hier erstmal an, ja. Und hier, wie wir schon gesagt haben, bilden wir unser planares carbocation. Und diesen Zustand hier, den beschreibt man als ein Intermediat, ja, oder ein Zwischenprodukt. Und, wie wir schon gesagt haben, dieses Intermediat ist jetzt sehr reaktiv, ja. Das sehen wir hier zum Energiebalken, ja. Das ist energetisch deutlich höher, ja. Das will jetzt weiter reagieren. Und das kann es jetzt auch in Anwesenheit von OH-, ja. Das heißt, da gibt es einen weiteren Hügel zu nehmen. Und hier bilden wir eine neue Sigma-Bindung zwischen dem Kohlenstoff und dem OH-, aus unserem vorigen Beispiel. Und dann erreichen wir auch den Zustand, den energetisch günstigen Zustand unserer Produkte, ja. Das heißt also, aus unserer Betrachtung hier sehen wir auch eine Erklärung für die Geschwindigkeiten, ja. Das heißt also, diese Aktivierungsenergie, Delta E, ja, bestimmt also auch die Geschwindigkeit der gesamten Reaktion, ja. Sobald wir in diesem Intermediarzustand angekommen sind, ist diese Energiebarriere nur noch sehr klein, ja. Das heißt also, dieser Schritt wird dementsprechend dann auch schnell passieren. Wohingegen dieser Schritt hier, ja, nur langsam vonstatten geht. Ja, mit dem Verständnis für so ein Energiediagramm einer nukleophilen Substitution erster Ordnung, können wir uns jetzt auch ein paar Gedanken darüber machen, welche Faktoren die Geschwindigkeit dieser Reaktion eigentlich beeinflussen, ja. Und ich habe es hier nochmal ein bisschen allgemeiner formuliert, ja. Das heißt also, hier ist unsere Abgangsgruppe jetzt durch X gekennzeichnet, ja. Und unser Nukleophil allgemein als NU gewählt, ja. Das heißt also, wir können uns überlegen, ja, wir können diese Aktivierungsenergie erniedrigen und somit die Reaktion beschleunigen, ja, wenn wir eine gute Abgangsgruppe finden, ja. Das heißt also, erstens, ja, für eine gute nukleophile Substitution erster Ordnung brauchen wir eine gute Abgangsgruppe, äh, Abgangsgruppe. Ja, was ist eine gute Abgangsgruppe, ja, in diesem Fall also eine, die am liebsten, ja, als ein stabiles X- vorliegt. Ja, das heißt, wenn wir das gewählt haben, ähm, eine gute Abgangsgruppe, die ein stabiles X- Äquivalent erzeugt, ja, dann senken wir hier diese, diese Energiebarriere ab, ja, und beschleunigen dementsprechend, ja. Auch die Reaktion, ja, zum anderen, ja, können wir auch an der Stabilität des Carbocation Intermediats, ähm, äh, etwas, etwas machen, ja, indem wir, ähm, die Restgruppen so wählen, dass sie dieses reaktive Carbocation stabilisieren, ja. Ja, denn, ähm, wenn wir hier zum Beispiel diese Energie, dieses, äh, dieses, äh, Intermediats absenken, ja, dann senken wir damit ebenfalls die Energie dieses, äh, dieses, äh, Übergangskomplexes ab, indem wir hier, ja, ja, weil hier bauen wir ebenfalls schon eine teilpositive Ladung auf, während wir diese Kohlenstoff-X-Bindung aufbrechen, ja. Ja, das heißt also, alles, was zur Stabilisierung einer Teil- oder einer vollpositiven Ladung an diesem zentralen Kohlenstoff beiträgt, ja, wird natürlich auch zu einer Stabilisierung, ähm, äh, also zu einer Erniedrigung der Energie führen, ja. Ja, das heißt also, zweitens, können wir nochmal formulieren, ja, dass die Stabilität des Carbocation Intermediats entscheidend ist. Und wie können wir so, so ein Carbocation am besten stabilisieren, ja, Sie erinnern sich vielleicht an die erste Vorlesung, da haben wir über den induktiven Effekt gesprochen, den benachbarte Gruppen, äh, ähm, auf den Kohlenstoff ausüben können, ja, wir kommen hier darauf zurück und nur als Beispiel, äh, führe ich hier mal die Sigma-Stabilisierung mit ein, ja, das heißt also, äh, wir, äh, schauen uns nochmal, äh, das Intermediat, ja, so das planare Carbocation nochmal ein bisschen genauer im Detail an, ja, das heißt also, Sie haben hier im Prinzip diese, diese Ebene, ja, und in dieser Ebene liegen dann all diese rot eingezeichneten Atome und Bindungen, ja, das heißt also hier die Substituenten an dem Kohlenstoff, an dem Carbocation, äh, diese Bindung und dieses Kohlenstoff liegen in der, in dieser roten Ebene und hier diese blau eingezeichneten Bindungen an diesem SP3 hybridisierten Kohlenstoff, die zeigen aus der Ebene heraus, ja, ebenfalls aus der Ebene heraus, ja, an diesem Carbocation dieses leere P-Orbital, was wir schon gesagt haben, ja, also dieser, ähm, dieser, ähm, dieses Carbocation ist jetzt SP2 hybridisiert, ja, also planar und wir haben hier unser leeres P-Orbital, ja, das heißt also, ähm, ähm, dieses zeigt hier, äh, senkrecht aus der Ebene heraus und, äh, äh, geht unterhalb diese Zeichen, diese rote Zeichenebene, ja, das heißt, ähm, ähm, äh, bei Normalbedingungen, ja, können wir dann also hier, äh, äh, jederzeit davon ausgehen, dass eine CH, ja, oder eine CC-Bindung, ja, ja, sich parallel zu diesem P-Orbital, ja, mit ausrichtet, ja, das heißt also, hier haben Sie ein befülltes SP3-Orbital an diesem Kohlenstoff, ja, das heißt, äh, also ein, ein, ein Sigma, ein Sigma-Orbital, das befüllt ist, ja, denn wir binden, wir machen ja diese CH, eine, eine CH-Sigma-Bindung und jetzt können Sie also eine Stabilisierung, ja, weil wir hier einen, eine Ausrichtung dieses leeren Orbitals, des befüllten Orbitals, so fast parallel zueinander haben, haben Sie einen stabilisierenden Effekt, ja, der wird bezeichnet als Sigma-Stabilisierung, ja, ja, das heißt also, das ist auch der Grund, warum benachbarte Methylgruppen, ja, oder längere Ketten an so einem Carbocation besonders günstig sind, ja, denn auf diese Art und Weise haben Sie durch diesen induktiven Effekt, ja, sogenannte Sigma-Stabilisierung, eine Stabilisierung des Carbocations und dementsprechend auch, ja, eine Erniedrigung der Energie dieses Carbocation-Intermediats und damit auch eine Erniedrigung der Aktivierungsenergie für eine nukleophile Substitution erster Ordnung. Eine andere Möglichkeit der Stabilisierung eines Carbocations kann auch durch benachbarte Elektronen erfolgen, ja, also hier nur als Beispiel, die Konjugierung, ja, also wenn wir eine, wenn wir benachbarte Pi-Elektronen haben, ja, wie zum Beispiel hier, da haben wir eine Doppelbindung, die gleich in der Nähe von so einer positiven Ladung ist, das heißt, wir können hier im Prinzip diese positive Ladung über das gesamte Molekül delokalisieren, ja, und dadurch auch eine Stabilisierung dieses Carbocations wirken, ja, das Ganze funktioniert natürlich genauso gut mit freien Elektronenpaaren, die sie an Sauerstoff und Stickstoff haben, ja, so, da haben wir Beispiele für den induktiven Effekt in der ersten Vorlesung besprochen, ja, als dritter und wichtiger Faktor ist dann natürlich auch noch das Lösungsmittel gegeben, ja, das heißt also polare Lösungsmittel können diese positive Ladung am Carbocation Intermediat stabilisieren. Ja, auch hier wieder durch die, durch das, durch die Verlagerung von Elektronendichte von zum Beispiel freien Elektronenpaaren auf dem Lösemittel Molekülen, ja, und dadurch auch eine schnellere SN1-Reaktion ermöglichen. So, der Begriff der Chiralität ist uns jetzt mehrfach über den Weg gelaufen, ja, Chiralität oder Händigkeit, was heißt das? Ich habe das an dem Beispiel meiner Hände schon mal veranschaulicht, ja, also das Spiegelbild meiner linken Hand ist nicht etwa die linke Hand, sondern es ist die rechte Hand, ja, also daran kann man das festmachen, das heißt also Moleküle sind dann Chiral, wenn sie keine Symmetrieebene haben, ja, verdeutlichen wir das mal an ein paar Beispielen von Chiralen Molekülen, zum Beispiel den natürlichen Aminosäuren, ja, und die haben sie links abgebildet, da haben wir als erstes mal das Alanin, ja, also die natürliche Form des Alanins ist das sogenannte S-Alanin, ja, dazu kommen wir gleich nochmal zu dieser Benennung und hier haben wir so ein kleines Modellmolekül davon, ja, also ich habe hier in diesem Fall die Methylgruppe in Gelb markiert, die Säuregruppe in Schwarz und die Amingruppe in Rot und den Wasserstoff in Grün, ja, das heißt wir haben vier Substituenten an diesem zentralen Kohlenstoff. Wenn ich jetzt hier von einem Spiegelbildmolekül mir ansehe, ja, dass Sie auch, dass Sie links oben ebenfalls sehen, ja, dann sind das tatsächlich zwei verschiedene Moleküle, ja, also ich kann das, ich kann dieses Molekül allein durch Drehung und Verschiebung nicht in dieselbe Form überführen, ja, das heißt also, wenn ich dieses Molekül jetzt um seine eigene Achse rotiere, ja, so dass diese CO2H, also die Säuregruppe auf der selben Seite sind und der Wasserstoff nach oben zeigt, ja, dann sehen wir, okay, die Amingruppe und die Methylgruppe haben die Positionen gewechselt, das heißt also, dieses Molekül ist asymmetrisch, ja, das heißt also, wir haben hier ein chirales Zentrum an unserem Kohlenstoff. Ja, die Natur bedient sich im Regelfall dieser Form des Alanins mit wenigen Ausnahmen, ja, das heißt also, die Ausnahme ist, dieses andere Enantiomer von Alanin kommt zum Einsatz beim Aufbau bestimmter bakterieller Zellwände, ja, und Antibiotika, zum Beispiel das Vancomycin, die nutzen das aus, ja, und suchen nach diesem, ja, unnatürlichen Alanin und zerstören so die Zellwände dieser Bakterien selektiv, ja. Demgegenüber sehen wir uns das Glycin an, ja, eines der, also das einzige symmetrische natürliche Aminosäure, ja, also hier nehmen wir dieses hier, ja, ja, also hier in diesem Fall habe ich die, ich drehe es mal so rum, dass es ihrer Zeichnung so mehr oder weniger entspricht, ja, also so, ja, genau, das heißt also, hier haben wir die Säuregruppe, hier hinten ist die Amingruppe und hier haben wir zwei Wasserstoffe, ja, das heißt, Sie sehen auch sofort den Unterschied, ja, in diesem Fall haben wir nur drei verschiedene Substituenten, eins im Kohlenstoffatom, das heißt also, wenn ich hiervon das Spiegelbild mir angucke, ja, das sehe dann so aus, diese Moleküle sind identisch, ja, also ich kann die sofort in eine, in eine Form drehen, nämlich so rum, zack, und hier haben wir die Säuregruppen zeigen in dieselbe Richtung, die Wasserstoffe zeigen in dieselbe Richtung und die Amingruppe zeigt nach hinten. Das heißt also mit anderen Worten, dieses Molekül, Glycin selbst, ist nicht, hat keinen chiralen, keinen chiralen Kohlenstoff. Verdeutlicht werden chirale Kohlenstoffe durch so ein Sternchen an dem chiralen Zentrum. Wir können jetzt also anhand des Begriffs der Chiralität unsere Vorstellung von Isomerie um zwei weitere Kategorien erweitern, ja, Wir haben die N-Antiomere gerade besprochen, das sind also Moleküle, die exakt spiegelbildlich sich zueinander verhalten, ja, also das wäre das Beispiel des S-Alanins gegen das R-Alanin. Und alle Konfigurationsisomere, ja, die nicht spiegelbildlich, also N-Antiomere zueinander sind, bezeichnen wir als Diastereomere, ja, und da haben wir hier das Beispiel der Alpha-D-Glucose und der Alpha-D-Galaktose. Diese Unterscheidung zwischen verschiedenen N-Antiomeren von Molekülen ist nicht nur akademisch interessant, sondern kann auch unter Umständen gravierende Folgen haben, ja, Hier als Beispiel das Beruhigungsmedikament Kontergan, bekannt auch aufgrund des Kontergan-Skandals, ja, Das war ein Arzneimittelskandal in der Bundesrepublik Deutschland, ja, wurde in 61, 62 aufgedeckt. Dieses Medikament wurde millionenfach verschrieben als Beruhigungsmedikament und besonders gegen Schwangerschaftsübelkeiten, ja. Bei der Synthese von dem Wirkstoff dieses Medikaments, von dem Thalidomid, entsteht ein racemisches Gemisch, ja, also auch genannt als ein Razzemat, das heißt also hier haben wir eine 50-50 Mischung der einzelnen N-Antiomere, und der Unterschied ist tatsächlich nur in der Positionierung dieser, dieser CH-Gruppe, entweder nach oben oder nach unten, ja. Das R-Antiomere ist wirksam als schlafend Beruhigungsmittel, ja, es ist nicht toxisch, keine Überdisierung möglich, äh, und so weiter. Und das S-Enantiomere hingegen ist fruchtschädigend, ja, und löst vermutlich über DNA-Interkalation schwere Missbildungen bei der Ausprägung der embryonalen Gliedmaßen aus, ja. Und das Tragische dabei ist, dass das N-Antiomere reine R-Thalidomid, ja, selbst wenn man es aufreinigt und separat verabreicht, was auch gemacht wurde, kann dann im Stoffwechsel razzemisieren, ja, also erneut wieder beide Formen ausbilden, also ebenfalls die teratogene S-Form, ja, und das führt dann zu Fehlbildungen beim Embryo, ja. Also, Schlagwort hier ist Teratogen, ja, also das ist, das ist genau, genau der Begriff, der für Fehlbildungen beim Embryo eingesetzt wird. So, jetzt hatten wir schon mehrfach N-Antiomere als R- oder S-Moleküle bezeichnet, ja. R und S kommt aus dem Lateinischen, R steht für Rektus oder Rechts und S für Sinister, ja, oder Links, ja. Und bei der Auswahl zwischen diesen zwei Benennungen helfen uns die Kahn-Ingolt-Prelog oder kurz ZIP-Regeln, ja. Wir nehmen uns das Beispiel von vorhin vom Alanin, ja, also das ist wieder dieses Molekül hier mit der Methylgruppe in Gelb, dem Wasserstoff in Grün, der Amingruppe in Rot und der Säuregruppe CO2H in Schwarz. Ja, das heißt, nach den ZIP-Regeln gucken wir erst mal, was für Substituenten an dem chiralen Zentrum hängen, ja. Und wir ordnen diesen einzelnen Substituenten eine Prioritätszahl zu, ja. Und da gehen wir nach der Atomzahl der Substituenten vor. Das heißt, in diesem Fall ist unser Wasserstoff der leichteste, ja. Ja, dann haben wir hier eine Methylgruppe mit einem Kohlenstoff, hier haben wir wieder einen Kohlenstoff und hier haben wir eine Amine, ja. Das heißt, so die direkten Substituenten, ja, davon ist das schwerste der Stickstoff, ja, mit der Atomzahl 7. Ja, das heißt, also dieser Gruppe hier ordnen wir erste Priorität zu, ja. Wasserstoff ist der leichteste, ist auch ganz einfach dann. Atomzahl 1, ja, das heißt, also das hier hat niedrigste Priorität. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, welche von diesen Gruppen eine höhere Priorität hat. Und da in beiden Fällen der erste Substituent ein Kohlenstoff mit der Atomzahl 6 ist, schauen wir, was an diesen Kohlenstoffen sofort dranhängt, ja. Das heißt, also hier beim Methyl haben wir als nächstes, ja, C und dann ein H, das heißt also eine Atomzahl 1 und hier an diesem C hängt unmittelbar ein Sauerstoff, ja, mit der Atomzahl 8. Ja, das heißt also unsere Säuregruppe bekommt die Priorität 2 und unsere Methylgruppe bekommt Priorität 3, ja. Als nächstes, nach unseren Regeln, rotieren wir das Molekül so, dass der Substituent niedrigster Priorität von uns weg zeigt, ja. Das heißt also in diesem Fall rotieren wir so, ja, das Molekül so, dass der Wasserstoff von uns weg in die Zeichenebene hinein zeigt, ja. Das heißt also, wenn wir uns diesen Fall nochmal anschauen, würde das Molekül nach der Rotation also dementsprechend so aussehen. Moment, ich zoome mal kurz den Stift. So, das heißt die CO2-Gruppe kommt also hier auf uns zu, ja, nach dieser Ansicht. Ja, diese ganzen Gruppen kommen jetzt auf uns zu. Hier hängt dann unsere NH2-Gruppe, hier unsere Methylgruppe und der Wasserstoff geht nach hinten ab. Ja, also das wäre diese Ansicht. Ja, wir behalten die Prioritätszahlen bei, 1, 2, 3 und der Substituent niedrigster Priorität zeigt von uns weg in die Zeichenebene rein. So, jetzt nach unseren Regeln wieder, nach der Regel 3 folgen wir diesen Prioritätszahlen von 1 zu 2 zu 3. Und in diesem Fall bewegen wir uns gegen den Uhrzeigersinn, ja. Das heißt also, hier handelt es sich um ein S-Chirales Zentrum, ja. Das heißt also, das hier ist auch unser S-Alanin. Mittels nukleophiler Substitution können wir also aus funktionalisierten Alkanen völlig neue Substanzklassen herstellen, ja. Also hier ein paar Beispiele von nukleophiler Substitution mit anionischen Nukleophilen, ja. Das heißt also, wir haben eine echte negative Ladung auf dem Nukleophil, ja. Und als Substrat benutzen wir hier ein substituiertes Alkan. Das heißt also, in dem Fall, dass wir ein OH-, also ein Hydroxid benutzen, ja, erzeugen wir aus dem funktionalisierten Alkanen unter Abspaltung unserer Abgangsgruppe ein Alkohol. Dasselbe können wir auch mit RO-Nukleophilen machen. In dem Fall erzeugen wir ein Eta, ja, also eine C, O, C oder R Bindung hier in diesem Fall. Gehen wir mit einem HS- vor, ja, erzeugen wir ein Thiol oder auch Thiol-Alkohol und Jod-Gebt uns am Ende ein Jodalkan. Analog dazu können wir auch mit ungeladenen Nukleophilen eine nukleophile Substitution versuchen, ja. In diesem Fall nutzen wir die freien Elektronenpaare an unserem Nukleophil, also hier ein R, Y, H, ja. Also als Nukleophil können wir zum Beispiel Wasser benutzen, ja, Wasser, da hat der Sauerstoff jeweils zwei freie Elektronenpaare. Wir eliminieren unsere Abgangsgruppe im ersten Schritt und haben dann hier eine OH2-Plus-Gruppe, ja, also ein Proton kann dann aufgeschnappt werden von dem restlichen Lösungsmittel, ja, also von Wasser. Und wir erzeugen ein Alkohol, ja, das Ganze funktioniert natürlich auch genauso, ja, wenn wir die als Nukleophil ein Alkohol einsetzen, ja, in dem Fall erzeugen wir auch hier wieder ein Zwischenprodukt, ein CO-Plus-R und einem Proton, welches ebenfalls wieder an das Lösemittel abgegeben werden kann und wir haben unseren Äther, ja. Amine haben ebenfalls ein freies Elektronenpaar am Stickstoff zur Verfügung, hier in diesem Fall erzeugen wir ein sekundäres Amin, ja, oder auch für ein R2-NH, ja, erzeugen wir ein tertiäres Amin, an dem drei Nc, ja, Bindungen bestehen. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal die Alkene und Alkine an, ja, im Gegenzug zu den Alkanen, die wir bereits kennengelernt haben, die wir gesehen haben aus Cc-Einfachbindungen bestehen, haben wir bei Alkenen irgendwo eine Cc-Doppelbindung und bei Alkinen eine Dreifachbindung vorliegen. Ja, dazu müssen wir uns nochmal mit der SP2-Hybridisierung beschäftigen, ja, also vergleichen Sie das Ganze am besten mit der SP3-Hybridisierung aus der ersten Vorlesung. Ja, also hier in diesem Fall möchten wir aus dem normalen Kohlenstoff, ja, mit der Heliumbesetzten Heliumschale und zwei Elektronen in der 2s und zwei Elektronen in 2p-Orbitalen möchten wir Ethen herstellen, ja. Das heißt also entlang dieser Cc-Doppelbindung, ja, hat jedes dieser Kohlenstoffe drei Substituenten, ja, also zwei Hs und das andere benachbarte C. Ja, das Ganze, ja, also hier zwischen diesen einzelnen Bindungen haben wir annähernd 120 Grad jeweils, ja, hier ist der Winkel ein bisschen kleiner als 120 Grad, 117,8 um genau zu sein. Ja, das liegt daran auch, dass die einzelnen Bindungen unterschiedlich lang sind, ja, also die C-H-Bindung ist mit 101 Pikometer ein bisschen kürzer als die C-C-Bindung hier beim Ethen mit 133 Pikometern und so kommt auch dieser Winkelunterschied zustande. Ja, aber zur Vereinfachung können wir einfach sagen, ja, alle Atome sind koplanar und haben zwischen den Bindungen einen 120 Grad Winkel, ja, dann schauen wir uns mal das Atomorbitalmodell, ja, und das mitsamt der Energien für den Kohlenstoff an. Wie wir schon sagten, zwei Elektronen in den p-Orbitalen und zwei gepaarte Elektronen in 2s, ja. Ja, wenn wir jetzt also, wie gesagt, drei Substituenten in die Nähe bringen wollen, ja, er hybridisiert unser Kohlenstoff zu sp2, ja, das heißt also wir kombinieren das 2s Atomorbital und jeweils, nehmen wir mal das Px und das Py, ja, also aus drei Atomorbitalen machen wir hier drei sp2 Atomorbital oder Hybridorbitale, die gemeinsam in der Ebene liegen, ja, und wir behalten ein unverändertes p-Orbital, ja, nehmen wir mal das pz zurück, ja. So, und jetzt mit diesem sp2 hybridisierten Kohlenstoffen können wir Bindungen machen, ja, das ist also wie wir schon sagten, die sp2 Hybridorbitale liegen koplanar, ja, das sind diese hier grün eingezeichneten und wir haben jeweils ein p-Orbital, was senkrecht dazu steht, ja, das heißt also, wenn wir jetzt an jedes Kohlenstoff jeweils zwei Wasserstoffe heranbringen, hier und hier und die beiden Kohlenstoffe zusammenführen, ja, dann verschmelzen diese, ja, zu den Sigma-Bindungen, die hier in der Ebene liegen und die p-Orbitale kombinieren ebenfalls zu den neu entstandenen Pi-Bindungen, ja, und fertig ist unser Ethin. Als nächstes wollen wir aus Kohlenstoff und Wasserstoff Ethin machen, ja, das heißt also eine HC-Bindung, eine CC-3-Verbindung und eine weitere CH-Bindung hier. Das heißt auch hier wieder fangen wir an mit unseren normalen Atomorbitalen am Kohlenstoff und wir hybridisieren aus einem 2s-Orbital und einem der 2p-Orbitale machen wir zweimal sp-Orbitale, ja, die sind dann energetisch etwas stabiler und es bleiben zwei unveränderte p-Orbitale hier übrig. Und auch hier wieder können wir jetzt das Ethin aus diesen zwei sp-hybridisierten Kohlenstoffen herstellen, ja, das heißt also wir bringen hier ein sp-hybridisiertes Kohlenstoff und ein Wasserstoff zusammen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ebenfalls ein sp-hybridisiertes Kohlenstoff und ein Wasserstoff, ja, und wir haben, wie wir schon sagten, jeweils zweimal p-Orbitale zur Verfügung, die dann senkrecht davon abstehen, ja. Bringen wir das Ganze zusammen, ja, dann kombinieren wieder die sp-hybridisierten Orbitale zu den Sigma-Bindungen, ja, und die formen dieses prinzipierte Gerüst des Moleküls, das linear ist und jeweils senkrecht dazu, ja, kombinieren dann diese p-Orbitale, hier links sehen Sie es, und die kombinieren dann zu zwei senkrecht dazustehenden Pi-Bindungen, ja, und auch hier wieder haben wir dann unser Ethin. Vergleichen wir das Ganze mal insgesamt, ja, also die jeweiligen Hybridisierungszustände mit den, ja, Beispielen der, vom Ethan, hier, Ethen, hier, und Ethin, hier, ja, also wie wir schon sagten, im Ethan sind alle Kohlenstoffe sp-3 hybridisiert, ja, ja, die CC-Bindung ist 1,54 Angström lang, ja, im Ethen haben wir sp-2 hybridisierte Kohlenstoffe mit einem Bindungsabstand zwischen den Kohlenstoffen von 1,33 Angström, ja, und im SP, also im Ethin-Fall, haben wir eine Kohlenstoffbindung von 1,2 Angström, ja, das heißt also, wir sehen, diese Bindung wird immer kürzer, und das liegt daran, weil die durch die hinzukommenden Pi-Bindungen auch deutlich stärker wird, ja, ja, das heißt also, hier haben wir die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung, die hat 347 Kilo-Jud pro Mol, das heißt, das wäre die Energie, die wir investieren müssten, um diese Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung aufzubrechen, ja, beim Ethen haben wir einmal den Beitrag der Sigma-Bindung, aber auch den energetischen Beitrag der Pi-Bindung, die hinzugekommen ist, ja, deswegen wird das Ganze alles, äh, das Ganze schon stabiler, und hier, in dem Fall des Ethins, ähm, kommen, äh, kommen sowohl die Sigma-Bindung, als auch die zwei Pi-Bindungen, ja, die sich ein bisschen energetisch anders, äh, äh, zueinander verhalten, und das Ganze wird nochmal ein bisschen stabiler, nämlich 803 Kilo-Jud pro Mol. Ähm, die Geometrie, wie wir schon sagten, äh, in diesem Fall sind alle Kohlenstoffe tetraedrisch, ja, das heißt, wir haben diese Bindungswinkel von 109,5 Grad, äh, äh, zwischen den einzelnen Bindungen, ähm, ähm, beim Ethen, äh, sind die Bindungen zueinander, äh, ja, ungefähr 120 Grad, und das Ethen selber, da haben wir zwischen diesen Bindungen einen 180-Grad-Winkel, das Molekül ist also komplett linear. Liegt die Doppelbindung in einer längeren Kohlenstoffkette, wie zum Beispiel hier beim Buten, können wir zwischen zwei Konfigurationsisomeren unterscheiden. Das ist zum einen die Trans-Konfiguration, das heißt also die Methylgruppen hier stehen sich entgegengesetzt oder E, deswegen bezeichnen wir dieses Molekül als E2-Buten. Also in der zweiten Position der Kette haben wir die Doppelbindung. Stehen die beiden Methylgruppen auf einer Seite des Moleküls zusammen, Cis oder Z für zusammen, dann bezeichnen wir das Ganze als ein Z2-Buten. Und diese beiden Konfigurationsisomere, die unterscheiden sich dann auch in ihren physikalischen Eigenschaften. Beim Cis-Buten haben wir einen Schmelzpunkt von minus 139 Grad Celsius, beim Trans-Buten haben wir einen höheren Schmelzpunkt von minus 106 Grad Celsius. Und auch bei den Siedepunkten unterscheiden sich die beiden. Das Cis-Buten hat einen Siedepunkt von 4 Grad Celsius und das Trans-Buten von einem Grad Celsius. Kommen wir also dann zur Nomenklatur dieser Alkene und Alkine. Ja, da gibt es einiges zu beachten. Gehen wir mal schnell durch. Wie bei den IUPAC-Regeln, die wir schon mal kennengelernt haben, sind viele dieser Konzepte übertragbar. Ja, das heißt also als erstes wählen wir die längste Kette, die beide Atome der Doppel- oder Dreifachbindung enthält. Ja, und den meisten Mehrfachbindungen. Das heißt also in diesem Fall nehmen wir diese Viererkette, ja, die diese Doppelbindung hier mit enthält und nicht etwa diese Fünferkette hier. Ja, CC-Doppelbindungen sind durch Endungen En gekennzeichnet. Ja, haben wir schon gesagt. Und bei zwei Doppelbindungen sprechen wir von einem Die-En und bei Dreifachdoppelbindungen Tri-En und so weiter. Ja, Dreifachdoppelbindungen bekommen die Endung In. Ja, und stoffen mit Doppel- und Dreifachbindungen ein En-In. Ja, also auch hier eine alphabetische Sortierung dieser Bezeichnungen. Die Kohlenstoffatome der Bindungen erhalten eine möglichst kleine Nummer. Das heißt also, wir zählen so durch, dass die Doppelbindung hier auf 2, 3 liegt und nicht etwa auf 3, 4, wenn wir von rechts anzählen. Bei mittiger Lage der Doppelbindung wird so gezählt, dass die Nummern der Verzweigungen am geringsten sind. Das heißt also in diesem Fall ist die Verzweigung hier auf 2. Ja, wenn wir von links an loszählen, falsch wäre es von rechts anzufangen. Ja, dann wäre nämlich die Verzweigung auf 3. Die Doppelbindung wird durch die jeweils niedrigere Nummer derselben charakterisiert. Ja, das heißt also hier ist die Doppelbindung zwischen 1 und 2. Also nehmen wir die 1 für die Bezeichnung 1-Butin und nicht etwa 2-Butin. Ja, haben wir mehr als eine Doppelbindung, ja, wird ab dem Ende gezählt, dass der ersten Doppelbindung am nächsten ist. Sprich, in diesem Fall haben wir zwei Doppelbindungen und wir wählen das Ende so, dass die erste Doppelbindung hier sofort auf 1 und 2 kommt und nicht erst, wenn wir von rechts anfangen zu zählen, ja, dann kommt die erste Doppelbindung auf 2, 3. Wenn eine Doppelbindung und eine Dreifachbindung gleich weit vom Ende der Kette sind, ja, dann erhält die Doppelbindung die niedrigste Nummer. Ja, das heißt also in diesem Fall zählen wir 1, 2, 3, 4. Das heißt also die Doppelbindung kommt später und nicht etwa 1, 2, 3, 4. Ja. Also Beispiele hier das 4-Methyl-2-Penthen, ja, hier das 2-Ethyl-1-Butin, ja, hier haben wir ein 3-Hexen-1, 5-Di-In, also auch hier auf der 1 und auf der jeweils auf der 5 sind die In-Gruppen. Auf der 3 die Doppelbindung, ja, bei den zyklischen Alkenen auch wieder ähnlich, ja, also hier brauchen wir nicht zählen, das Ding ist mit Zyklopenthen eindeutig benannt. Und sobald wir allerdings eine Funktionalisierung drin haben, ja, da auch da dieselben IUPAC-Regeln, die wir zur Benennung von Zykloalkanen benutzt haben, ja, also hier in diesem Fall ist das hier unser 3-Methyl-Zyklopenthen, ja, also wir fangen so an zu zählen, dass die Doppelbindung zuerst kommt. Also hier mit 1, 2, 3 und so weiter. Hier in diesem Fall auch wieder, wir fangen, wir können es uns im Prinzip aussuchen, da wir ein zyklisches Molekül haben, wir können hier anfangen zu zählen oder da anfangen zu zählen. Machen wir mal hier, also 1, 2, 3, 4 und wählen dann dementsprechend die Doppelbindungen, die Zähler der Doppelbindungen so aus, dass sie am kleinsten ausfallen. Also 1, 3, Zyklohexadien, ja, und dasselbe auch hier beim 1, 4, Zyklohexadien. So, wie geht es also weiter? Jetzt haben wir uns die nukleophile Substitution genau angeguckt und auch die Chemie und die Geometrie der Alkene und Alkine so ein bisschen angerissen. Das heißt, in der nächsten Vorlesung können wir uns mit Eliminierungen beschäftigen, das heißt, und dann auch sehen, wie Alkane, Alkene und Alkine ineinander übergeführt werden können. Und, da wir ja jetzt den Begriff der Alkene kennen, werden wir uns auch anschauen, welche Reaktionen man mit diesen Alkenen, mit diesen Doppelbindungen machen kann. Vielen lieben Dank!